Helen Lange-Harnenberg, Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl und Bundestrainerin Monika Theodorescu. Das Mercedes-Benz Reiterforum live holt sie für euch an einen Tisch bei der CHIO-Sondersendung. Klickt rein, egal wo ihr gerade seid. Diskutiert während der Sendung über die Kommentare und freut euch schon jetzt auf einen spannenden Talk, moderiert von Annika Hansen. Seid dabei am 16. Juli um 20.30 Uhr bei ClipByHorse.tv auf Facebook.